Hakuna Matata What a wonderful phrase Okay, da fühle ich mich wohl Es könnte O.J. Howard oder Darren Waller sein Wisst ihr was, O.J. Howard Wenn dann als Defensive Tackle Frage ist, ist er auch ohne die Superstar-Fähigkeiten so nervig Wir probieren es aus Terry McLaurin Fuck yeah, we'll take the ball Wir sind letztes Mal ganz gut gefahren mit Bradley Chubb Dann natürlich als End, nicht als Outside-Linebacker Ja komm, Bradley Chubb Honey Badger Als Free Safety, macht euch keinen Kopf Ich weiß, dass ich zwei Strong Safeties habe Ey, wollt ihr mich mal ein Rule lassen mit den ganzen Safety-Seiten? Cornerback Pfft, Hockgott Sorry, ich weiß, wir haben noch keinen Receiver Oh doch, wir haben einen Receiver gedraftet Und wir haben schon einen Tight End, aber Hockgott Mhh, Sterling Shepard Gib mir mal wen über 90 Ich hätte gern wen über 90 Das ist nicht über 90 Pfft, Benadry McKinney Haben wir doch alles schon Wir haben jetzt fast eine komplette Line durch Egal, wen ich drafte Er spielt Defensive Tackle Also vermutlich nur einen von den beiden Hakim Hicks Uuuuh 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 Wissen wir was, Justin Fields Warum nicht? Brauch ich alles nicht Nehmen wir Nehmen wir Darius Leonard Dann haben wir drei Aufbau-Linebacker Klassische Quentin Nelson-Angelegenheit Oh, 88 Derrick Henry Sieht schon geil aus Teron Smith Könnte auf die andere Seite gehen Dann ist unsere Line besser Ich mag es halt nicht, Running Back doppelt zu draften Weil ich dann wirklich einen Pick gefühlt verschwendet habe Bringt es mir wirklich was, einen Tackle noch zu draften jetzt? Wisst ihr was? Ich spiele auch mal mit Derrick Henry Oh nein Ich will eigentlich Oh, wir haben Aaron Donald und Nick Bosa und wir brauchen beide Positionen nicht mehr Oder lassen wir Nick Bosa dann über Über Simmons spielen? Oh, ich weiß es nicht Aber wir haben auch nur Wir haben auch nur zwei Kornowicks Ach, Malin Humphrey Neh, wir bleiben mehr Browns So, Offense sieht so aus Geht eigentlich voll klar Und Defense sieht so aus Auch damit bin ich eigentlich zufrieden Wir haben deutlich weniger Outline als letztes Mal Glaube ich Aber hey Mit Holy wird das was Link in der Beschreibung Holt euch Holy Let's go Gesunde Energy Und als Gaming Booster natürlich Ideal für Madden Oh, auch Humphrey Und Fred Warner Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nein Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, nein Ich wollte nicht trucken Nein, der zweite Truck war aus Versehen Dreck Aber so ein Game wird das Okay, probieren wir mal was Dummes Das funktioniert normalerweise nie bei mir Aber Wir haben Hawk offen Wir haben Hawk offen Wir haben den Hawk God offen Wir haben den Den Hawk God Oh, oh Oh feier, Alter Oh, es hat nicht gereicht, ne Komm, wir sneaken mit Justin Fields Sneak ist gefühlt halt komplett random Aber hat funktioniert Und das erste Touch von der Partie Let's go Running Game trägt uns Kitzig, 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 kitzig Kitzig Oh, nope Kein Hitzig Oh, Cam Newton und DeAndre Swift Das kann ja nur gut werden Oh, wow Okay, also ich war in den richtigen Gap Aber ein bisschen zu früh Oh, wofür habe ich Wofür spiele ich Cover 2, Alter Jesus Christ Ich habe mich schon gewundert Was meine Safeties so weit unten machen Deswegen habe ich meine Coverage Auf Overtop eingestellt Aber, äh, ja Hat nichts gemacht Ich habe einen Seahawks-Fan Weiten Touch schon auf DK Metcalf Werfen lassen, Alter Ist, äh, unerträglich Egal, passiert nicht nochmal Oh, okay Hawk God, nehme ich Ja, ja So geht das halt einfach So geht das, wenn man den Hawk God hat Dann springt er am Ball vorbei Da kann er halt auch nichts dafür Das ist der Hawk God Nee, Spaß beiseite Das sollte ein 50-50-Ball werden War wieder eine richtig komische Animation Weil sein Spieler komplett sich verschätzt Und an Hawk vorbeiläuft quasi Und gar nicht zum Ball geht Ist ärgerlich sowas Aber es trifft uns alle Holy Hawk God, kann ich dazu nur sagen Hitzig Oh, nee, Hitzig Naja Aber Matthew Sub-Linebacker Wusste ich gar nicht Oh, nope Das ist ein Pick oder nichts Okay Machen wir das gleiche nochmal Mal gucken, ob er einen Plan dagegen hat Okay, das ist der Quatsch Wow, ist das frech Ist das dreist, ey Ist das dreist Aber es funktioniert Vor allem hatte ich Contain Gerade, fällt mir ein Das hätte gar nicht passieren dürfen Mir ist gerade aufgefallen Ich habe die ganze Zeit nicht Bradley Sharp auf End Egal Er ist übrigens sehr cool von ihm Der hat mir voll viel Zeit gegeben Er ist mehrfach auf Play Und wieder nicht Play gegangen Ich hatte jetzt keine Lust Das noch länger zu machen Also ich habe jetzt quasi Wenn ich normal bin Wenn ich 4-3 spiele Habe ich Bradley Sharp In der falschen Position Aber ist egal Oh, was, was, was Ich war gefühlt Dreimal in perfekter Position Und die tacklen einfach nicht Also haben nicht mal die Hände dran Lass mich runter Ach, ja, okay Ein Slanter Merken wir uns Warum nehmt ihr mir eigentlich Meinen Buzz weg Das ist kein Buzz Ich habe theoretisch keine Gap Und deswegen kam ich hier durch Ich wäre fast schon wieder zu weit gerannt Eng auf dem Defensive Tackle Fest Habe ich gesehen Und gedacht Okay, ich kann hinscrammeln Wo ich will Mann Uh, stark Dass er ihn festgehalten hat Das könnte jetzt eigentlich Ein Big Play sein Aber wir versuchen mal zu laufen Funktioniert auch Nice Oh ja Oh ja Oh ja Da sind wir doch Da sind wir doch Da sind wir doch Da sind wir doch Genug Zeit in der Pocket Touchdown Nö What Genau deswegen bin ich da hingerannt Mach nochmal Komm Mach nochmal Excuse me Habt ihr gesehen Dass ich genau da stand Wo der Ball hinkommen sollte Und sich auf einmal Tyron Matthew nicht mehr bewegt hat Und nicht zum Ball orientiert Hä Das gefällt mir gar nicht Eigentlich konnte der die ganze Zeit Gar nicht passen Beziehungsweise Hat es halt nur einmal wirklich probiert Wenn man ehrlich ist Aha Da sind wir nämlich Und er hat keinen Timeout mehr Das ist ja ärgerlich Das ist ja super ärgerlich Also ich fand es nicht lustig Und ich habe auch nicht gelacht Farben will Ich habe es im Gespür No Aber gut das Tackle Oh mein Gott Was ist denn los mit Defense Alter Und er wirft den auch noch Alter Der hat halt genau Eine 0% Chance anzukommen Und zwar irgendwo Es wäre clever Wenn er jetzt läuft Ich bezweifle es Aber es wäre clever Nope Und deswegen ist es unklever Nicht zu laufen Ja Und jetzt Werden wir noch sticky Aber zu langsam Als ob er drin bleibt jetzt So Aus Zeitgründen belasse ich es jetzt erstmal dabei Das heißt wir spielen nur ein Spiel heute Nächstes Mal geht es aber mit genau dem Team weiter Also mindestens nochmal ein Spiel Falls ich direkt verliere Wenn ich gewinne vielleicht zwei Spiele Müssen wir dann sehen Hat auf jeden Fall Spaß gemacht Nochmal dickes Shoutout an Holy Was mir heute ermöglicht hat Absolut konzentriert zu spielen Und das Spiel zu gewinnen Auch überzeugend möchte ich mir mal kurz Selbst auf die Schulterklopfen sagen Wenn ihr Bock drauf habt Das zu probieren Oder wenn ihr es schon kennt Und Bock auf mehr habt Link dafür ist in der Beschreibung Da könnt ihr rauf gehen Und ich kriege eine Provision Heißt wir haben beide was davon Also let's go Alles klar das war es mit dem Video Ich hoffe sehr dass es euch gefallen hat Wenn ja würde ich mich freuen Falls ihr ein Like da lasst Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt In Zukunft Dann abonniert einfach Und ich hoffe wir sehen uns alle Im nächsten Video wieder Bis dann Ciao Ja